Vor drei Jahren habe ich NordVPN das erste Mal getestet. Das Ergebnis war damals ernüchternd, vor allem wegen der schlechten Geschwindigkeit. Mittlerweile hat NordVPN 5000 statt 108 Server. Zeit für ein neues Review. Die Geschwindigkeit hat sich dramatisch verbessert. Ich konnte mit meinem Anschluss 200 Mbit pro Sekunde erreichen und die Latenzen wurden nur geringfügig beeinträchtigt. Nichts zu meckern an dieser Stelle. Die Sicherheit von NordVPN ist keine Wünsche offen. Es werden keine Logs gespeichert, die Software hat einen integrierten Killswitch und einen IP-Leak gibt es auch nicht. Zudem ist es möglich, restriktive Firewalls zu umgehen. Volle Punktzahl. Kommen wir zu den Funktionen. Das Servernetzwerk ist weltum spannend und hat wie gesagt über 5000 verschiedene Server zu bieten. OpenVPN wird auf Port 443 TCP unterstützt. UDP ist ebenfalls möglich. Eine Besonderheit ist Tor over VPN. Neben dem klassischen VPN gibt es noch einen Sox5 Proxy und IPsec wird neben OpenVPN unterstützt. Es können sechs Geräte gleichzeitig eine VPN-Verbindung aufbauen. Als einziges Feature vermisse ich Port Forwarding. Jetzt kommen wir zu den Schattenzeiten. Tor over VPN hat in meinem Test gar nicht funktioniert. DNS-Anfragen wurden nicht aufgelöst. Auch Onion-Domains konnten nicht angesurft werden. Zeitweise war kein Server für Tor over VPN verfügbar. Und als er wieder verfügbar war, ging DNS immer noch nicht. Ohne DNS kann das Internet kaum benutzt werden. Die DNS-Probleme konnten trotz Ticket nicht innerhalb von 24 Stunden gelöst werden. Dazu später mehr. Bei Double VPN hatte ich die gleichen Probleme. DNS-Anfragen wurden einfach nicht aufgelöst. Als nächstes wollte ich mittels Zatu ausprobieren, ob man Geoblocking umgehen kann. Mit meiner deutschen IP konnte ich keine Privatsender sehen. Also bin ich auf einen Schweizer Server von NordVPN gewechselt. Hier konnte DNS zwar aufgelöst werden, aber leider falsch, sodass ich Zatu gar nicht besuchen konnte. Andere NordVPN-Server konnten Zatu korrekt auflösen, allerdings hatte ich dann keinen Zugriff auf die Privatsender. Der Test mit Amazon Prime hingegen war erfolgreich. Von einem US-Server konnte man keine Videos mit meinem deutschen Account sehen. Sobald ich mich aber mit einem deutschen NordVPN-Server verbunden habe, konnte ich die Videos problemlos sehen. Eine weitere interessante Funktion ist CyberSec. Dieses Feature kann optional eingeschaltet werden. Hat man es aktiviert, werden DNS-Anfragen gefiltert und gegebenenfalls blockiert, wenn es sich um bösartige Webseiten handelt. Zusätzlich werden Tracker und Werbenetzwerke blockiert. Um die Funktionsweise zu zeigen, hier die MSN-Seite. Der erste Screenshot ohne Blockierungen. Ein Großteil der Seite besteht aus Werbeanzeigen. Im nächsten Screenshot ist Ublock Origin aktiviert. Es verbleibt eine kleine Anzeige in der Ecke. Der letzte Screenshot zeigt die Auswirkungen, wenn man CyberSec aktiviert. Die Webseite ist total verschandelt. Und eine Browser haben solche Filterlisten für bösartige Seiten in der Regel integriert. Adblocker können auch mit solchen Listen nachgewusst werden. Oder man nutzt den DNS-Server von AdGuard, der die gleiche Funktion bietet. CyberSec würde ich daher als nutzlos einstufen. Um die DNS-Probleme beheben zu lassen, habe ich den Support kontaktiert. Vorher habe ich einen zweiten Nutzer gebeten, den DNS zu testen. Auch bei ihm hat der DNS in der beschriebenen Konstellation versagt. Das Ticket wurde schnell beantwortet, mein Problem jedoch nicht verstanden. Nachdem ich mittels Video genau das Problem dem Support veranschaulicht habe, wurde das Problem nicht nachgestellt oder gelöst, sondern mir wurde geraten, den DNS-Server zu verwenden, der die falschen Ergebnisse liefert. Enttäuschend. NordVPN ist verglichen mit der Konkurrenz sehr teuer, allerdings bekommt man auch eine Vielzahl von Funktionen. Bei einem Dienst in dieser Preisklasse sollten Standardfunktionen wie DNS keine Probleme machen, beziehungsweise sollte der Support in der Lage sein, solche Probleme kompetent zu lösen. Die Gesamtwertung gibt es wie immer auf meiner Website. Der Link wird jetzt hier oben eingeblendet.